Hallo und Mahlzeit. Es sind heute wieder sehr viele Pakete angekommen, weil, passt auf, draußen wird das Wetter jetzt schlechter. Das heißt, drin fängt die Frau jetzt wieder an mit... Umfrage startet jetzt. Mal gucken, was ihr sagt. Ich habe ja gestern einen wunderschönen HWR hergerichtet und die Frauchen ist im Netzbaumodus. Alle, die da drauf geklickt haben, haben gewonnen. Und wir haben bekommen, neue Teppiche, ein neuer Teppich, ein neuer Teppich, ein neuer Teppich. Neue Deko-Vasen, da. Deko-Tisch, dort. Und dann haben wir wieder, wie immer, im Schlafzimmer kommt natürlich immer so ein schöner Frotti-Teppich zum Einsatz. Der ist auch diesmal sehr, sehr, sehr frottig und sehr schön weich. So sieht er aus. In so einem schönen Grau und so richtig schön weich. Ja. Wunderbar. Jetzt freue ich ihn auch wieder, Happy. Und ich darf wieder draußen spielen gehen. So, von zu Hause ging es jetzt auch direkt wieder zur Schule, weil da ist heute Herbstfest, ja? Ja. Ich habe das Gefühl, die machen hier mehr Fester, als dass sie Unterricht machen. Aber ist auch ganz angenehm. Das haben wir hier ein cooles Konzept, finde ich. Ein kleines Party-Konzept her. Ein kleines Party-Konzept her. Vielen Dank.